Hallo. Hi. Wir sind auf dem Weg nach Lubinice. Zu einem alten Bergdorf ist es. Eine tolle Aussicht gibt es da oben. Da kann man die blaue Lagune von oben sehen. Das Dorf ist interessant. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Auf dem Weg dahin haben wir jetzt diese Aussichtsplattform entdeckt. Und der Ausblick hier ist eigentlich traumhaft. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Wenn man glaubt, enger geht es nicht mehr. Dann geht es immer noch ein bisschen enger. Die Straße ist halt gegenverkehrt. Das ist aber das erste Problem. Gegenverkehr. So. Die erste Begegnung. Wir sind oben angekommen. In Lubinice. Die Fahrt war recht abenteuerlich. Das letzte Stück muss man jetzt noch zu Hause kaufen, weil man macht die Straße. Denken wir hier einfach. Hier geht der Wanderweg jetzt runter zur Blauen Grotte. Die ist da unten. Und hier ist der Wanderweg. Wo man runterlaufen muss. Hammer, oder? Wo werden wir hier vorher auch wieder rein? Das stimmt. Komm schon. В SAYS. Und hier ist es einfach verbrennt. Komm милли? Kommille? Jedes Morgensland ist wieder da um zu sein, das ist eine Überwältigung, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das muss man unbedingt rauf. Jetzt will ich gucken. Ja, wie wir sehen haben. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das Dorf hier oben ist so ruhig, das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Traum auf schön, oder? Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.